Gar nicht Lea oder Nighthaven als erstes. Das ist ja schon fast enttäuschend. Ja. Das war jetzt tagelang die Tradition, hätte ich beinahe gesagt. Die Meta. Ich bin auch ein bisschen enttäuscht. Ich kann ab morgen mal wieder ein bisschen programmieren in der Schule und was machen wir? Halten. Zwei Wochen. Naja, aber wenigstens kann ich den Keks. Das heißt, wir sind entspannter. Scripting-Sprachen sind keine Programmiersprachen. Ich finde es mal so lächerlich, wenn einer sagt, ich bin Programmierer und was kann er und dann nur irgendwelche Scripting-Scheiße. Er ist auch kein Programmierer. Punkt. Der Stolz hat gesprochen. Ja, lernt was Richtiges, dann können wir wieder reden. C.O. natürlich. Wir kriegen noch Java oder C-Sharp. Eins von beiden kriegen wir noch. Aber nur eine Woche, leider. Es ist kaum Zeit, da richtig in Tiefe zu gehen. Aber nein, ja, guck mal mal. ein erster schuss der getroffen hat das kann nicht sein ganz böses omen das ist recht sein da können wir es kann so schnell kommen das sind löcher im boden ist ja lustig nein da gehen die hin hier will ich nicht rein schade auf dem flur oder auf dem raum auf der treppe auf der treppe hinten an ich habe einfach gar nichts wird es ist ich habe mich töten lassen dass drei schon tot waren das war jetzt nur die zwei die wir jetzt zum schluss hatten aber dass die anderen drei schon tot waren von den gegnern habe ich gleich auf dem schirm gehabt ich bin irgendwie rein dann war es schon soweit kann aber was passiert ist ich wollte gerade eine kandela werfen weil ich wusste wo ein gegner ist und dann kommt der natürlich um die weg wie das immer so ist aber die rollen ja noch und so die problem ja gar nicht ich gehe auch mit zu weit um die ecke welche die werfe oft und so ist irgendwie die können ja noch rollen oder man kann sie irgendwo ab droppen lassen von der wand und so eine oftmals geht man viel zu weit um die ecke weil man es so gerade werfen will wie denkt anders kriegt man sie nicht ans ziel oder so ne ja ja manchmal manchmal brauchen wir so eine leichte also du brauchst schon irgendwie eine sichtlinie in die richtung ist ja schon irgendwie ja kannst aber bande werfen oder so an den wänden irgendwie also manchmal so leicht ja gut du kriegst dir die die flutbahn angezeigt ist ja ich sie eigentlich die flutbahn angezeigt hat die luken zugemacht vielleicht über fuse kriegen wir die luken auf und können noch ein bisschen flusen im zweifelsfall das ist eine lustige analysiert und defüße Bombs 3 1 1 2 1 1 3 Das war's für heute. You located a bomb. Cluster charge live. Fire in charge! Get out! Lights on! I miss it. I miss it. Yeah, of course. Oh, there's another one. He waited for the whole time. I'm in charge of fire, I have to say. Alter! Er ist auch so hektisch, hektisch. Ja, echt. Du kriegst einen Schlaganfall, wenn du da zuguckst. Ich hab da so schön zwei weggenommen. Egal, es hat gereicht. Kommt der andere ist man. Ich hab irgendwie noch gar nichts gemacht. We need to locate a bomb. Jetzt sind wir da oben. See you. Oh, da will es einer wissen. Reefing. Jetzt brauchst du ja nicht mehr, ist zu spät. Der ist doch direkt stehen geblieben, als du das gesagt hast. Jetzt fährt er wieder. Ten seconds before insertion. Five seconds to go. A bomb must be located and defused. Fressmeyer geht in. ich habe keinen fall habe ich schon weggenommen hier da sind auch noch zwei das ist aber schön hier oben füße aber ich weiß nicht wo er hin ist weil der ist nach unten gesprungen in die küche glaube ich wird die autoskans entdeckt muss immer eine valkyrie cam sein nein es rennt er dahin es ist sogar mich hier hinten noch geblendet weil unterm tisch wir waren im kaputt wieder reingelaufen wenn man von außen reinkommt vom balkon gleich rechts um die ecke an der tür so ein kleines tischchen und da drunter war die wäcke ich kann ja sehr gut ich gehe schon gar nicht davon aus dass gegner das mittlerweile auch machen weil normalerweise irgendwie ganz offensichtlich rum also unser mann mann gorsi ziehen kann und wenn du darauf teller gehst können wir es noch kriegen dann ist ausgewogen er ist auch immer nicht ganz gerade 90 der gorschi der extrem zucker wir haben es gerade so geschafft die windows ziehen hier die wand zwischen dem besprechungsraum mit dem da machen die gerne ja das ist aber ein super weg für den angreifer schön wenn der aufwärts ich glaube ich bin schon irgendwo drin ich habe gerade mit dem six gehört immer mehr fenster welche und von unten der schuss hier ist der ist sofort gern er hat ein lücher an der wand gemacht ich werde auch hart durch die wände geschossen er hat ein lücher und Der Maverick ist auch tot. Hast du nie die Idee, wo der letzte ist? Nee, ich suche gerade. Äh, Hausmeister kabuff. Beziehungsweise Versprechungsraum davor. Elevator. Irgendwo da in der Ecke. Ah, in diesem Office. Das ist das Doppelfenster. Wenn du von außen reinkommst, was dann zum Elevator führt. Letztes Bug. Ich wurde gescannt? Hm, weil unsere Kameras gehackt sind. Damit auch die Echo drohen und so ein Kram. Okay, der ist durch die Rotation gekommen. Konferenzation. Konferenzation. Sehen nicht mehr. Aber wir müssen da rein und planten. Jetzt muss er mal ein Stachel ziehen. Ahaha, nice. Einfach wird er geduckt und gewartet. Ja. Manchmal muss man einfach nur Ruhe bewahren. Ich habe da so viel Maverick geschossen, aber leider zu spät. Wo war eigentlich der Echo, dass er den draußen nicht erlegt hat, hat er irgendwo ganz am Arsch der Welt gehockt oder war nur in der Drohne? Er war im Glasdachflur und hat dann von da aus die Drohne gesteuert und hat da vorher zwei andere weggenommen. Der hat wieder vier Kills gemacht oder so, die Runde jetzt. Ich weiß nicht, der ist mir nicht koscher, den kriegt nichts von mir. Nee, ich weiß auch nicht, wie. Ich kann ihn aber nicht mal melden, tatsächlich. Zwölf. Ich bin schon wieder im Hauptmenü. Wie kannst du überhaupt mal jemanden melden? Ich bin doch nicht im Hauptmenü. Ich habe gesagt, ready to play und dann war ich instant im Hauptmenü. Ich habe nicht mal die Endpunkte Aufstellung gesehen. Naja. Mal gucken, mal zurück jetzt. Ich bin aber in einer Squad noch drin. Naja, ich weiß auch. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was da geht. Vielleicht haben sie da was verändert am Verhalten, dass wenn man draufklickt, selber ins Hauptmenü kommt, dass man nicht warten muss, bis ein anderer... Keine Ahnung. Oh, das ist wieder buggy.